Herzlich Willkommen zu einem weiteren FM22 Video. Heute gibt es mal wieder eine neue Top 10 und zwar die Top 10 der besten Führungsspieler im Football Manager. Bevor wir jetzt mit dem ersten Spieler starten, noch der wichtige Hinweis für meine Serie Manager Check suche ich noch ganz dringend einen neuen Save. Also wenn ihr einen Save habt, einen Account habt, wo ihr ein bisschen Probleme habt oder generell den ihr mir mal zeigen möchtet, könnt ihr mir den gerne zuschicken. Dafür werde ich meine E-Mail Adresse auch mal in die Videobeschreibung reinsetzen. Da könnt ihr mir das Ganze über Retransfer schicken oder gerne auch mir über den Discord schreiben. Dann können wir erklären, wie ihr mir den Account zuschickt. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Also gerne mir eben da Feedback geben. Kommen wir jetzt aber mal zum ersten Spieler der Liste und zwar ein 90-jähriges Talent. Also wirklich extrem atemberaubend muss ich sagen, dass ich hier so einen jungen Spieler in der Top 10 Liste der besten Führungsspieler habe. Aber der hat halt eben unfassbar gute Führungsqualitäten. Welche Führungsqualitäten bzw. Attribute sind wichtig? Das ist einmal die Führungsqualität, das ist sogar der wichtigste Attribut. 19 hat er da und dann kommt das Teamwork, was bei der Kapitänssuche ja auch immer mit eingeblendet wird. Und da ist er bei 17, kommt insgesamt so aus 36 von möglichen 40 Punkten. Und eine dritte Sache ist mir hier auch sehr, sehr wichtig. Also Spieler, die vor allem gleich viele Punkte am Ende hatten, da entscheidet am Ende die Persönlichkeit, welcher Spieler auf welchem Platz eben rankt. Und dieser Spieler hier hat, weil er noch so jung ist, ausgeglichen, wird sich mit Sicherheit noch entwickeln. Die besten Persönlichkeiten für Führungsspieler sind einmal Führungsspieler, glaube ich. So heißt die Persönlichkeit, glaube ich. Ansonsten gibt es noch natürliche Autorität oder Modellbürger, die auf jeden Fall auch sehr, sehr gut sind für einen Führungsspieler. Platz 9 besetzt der italienische Europameister Giorgio Chiellini. Mit 36 Jahren wurde er eben noch im vergangenen Jahr Europameister. Und das eben auch aufgrund seiner Führungsqualitäten hat er die Mannschaft eben zum Titel geführt. 19 Führungsqualitäten hat er, 17 Teamwork, kommt somit auch auf 36 Punkte, ist aber eben der erfahrenere Spieler und hat eben diese Persönlichkeit, Führungspersönlichkeit. Und dementsprechend ist er hier auf Platz 9. Einen Punkt mehr hat der Modellbürger Jordan Henderson. 37 Punkte erreicht er eben aufgrund seiner 18 Teamwork und 19 Führungsqualitäten. Ist mit 31 Jahren sogar noch in einem Alter, wo man sagen kann, okay, den kann man sogar noch für ein paar Jahre verpflichten. Hat insgesamt auch sehr, sehr gute Attribute, muss man sagen. Und dementsprechend auch hier ein sehr interessanter Führungsspieler. Auf ebenfalls 37 Punkte kommt Thomas Müller, ein Spieler, der in seinen beiden Vereinen tatsächlich gar kein Kapitän ist, aber trotzdem auf dem Platz wahrscheinlich der wichtigste Führungsspieler, weil eben Manuel Neuer beim FC Bayern München und auch in der Nationalmannschaft natürlich als Torwart der Kapitän ist. Dementsprechend Thomas Müller auf jeden Fall der Spieler, der auf dem Platz die Kommandos gibt. Der Spieler, der ganz, ganz viel redet und vor allem extrem viel Teamwork hat. Dementsprechend hat er hier auch 20 Teamwork, ist ein Antreiber. Dementsprechend auch die Persönlichkeit antriebig, passt hier wirklich super gut und hat eine Führungsqualität von 17 Punkten. Platz 6 der Liste ist jetzt der erste Spieler in der Liste und wahrscheinlich auch der einzige, der mir überhaupt nichts sagt. So Neil Shatry, 36 Jahre alt, kommt aus Indien und spielt auch hier bei einem Verein, den ich nicht kenne, wo er zumindest mal jetzt schon seit neun Jahren unter Vertrag ist und dort wahrscheinlich auch seine Karriere beendet. Davor ist er tatsächlich so ein kleiner Wandervogel gewesen. Dementsprechend umso überraschender, dass der sich hier so entwickelt hat und zu so einem Führungsspieler geworden ist. Hat mittlerweile 19 Teamwork und 18 Führungsqualitäten, kommt somit auch auf 37 Punkte und hat die Persönlichkeit Modellbürger. Der letzte Spieler mit 37 Punkten ist der argentinische Innenverteidiger Nicolas Utamendi. Bei ihm sind die Attribute genauer spiegelverkehrt als bei dem Spieler, den wir zuvor hatten. Er hat eben 19 Führungsqualitäten, 18 Teamwork und hat vor allem auch noch die Führungspersönlichkeit, was natürlich sehr wichtig ist und zeigt, dass er ein super Führungsspieler ist. Platz 4 geht nach Schottland zu Scott Brown. Er hat 20 Führungsqualitäten, 18 Teamwork, kommt somit auf 38 Punkte und seine Persönlichkeit ist natürliche Autorität. Kommen wir jetzt zum ersten Treffchenplatz und es ist tatsächlich Adebayor Akin Fennwein-Spieler, der vor allem bei FIFA extrem beliebt ist. Der schwerste Fußballspieler, den es anscheinend in Europa geben soll. Er ist 39 Jahre mittlerweile alt und ist auf jeden Fall eine Legende in England. Hat 20 Führungsqualitäten, 18 Teamwork, kommt somit auch auf 38 Punkte, hat aber dafür eine Führungspersönlichkeit und ist dementsprechend, finde ich, höher gewankt als der Spieler, den wir eben hatten. Der Vizetitel geht an Marc Nobbel. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie man den Spieler wirklich ausspricht, also könnt ihr mir gerne da mal in die Kommentare reinschreiben, wie falsch ich das Ganze ausgesprochen habe. Er hat auf jeden Fall insgesamt 39 Punkte erreicht, hat 19 Führungsqualitäten, 20 Teamwork und ist ebenfalls eine Führungspersönlichkeit und dementsprechend geht es kaum besser. Es sei denn, wir gucken uns den nächsten Spieler an, denn der hat das Ganze tatsächlich nochmal getoppt. Arjan Ademi erreicht tatsächlich das Maximum an Punkten, hat 20 Führungsqualitäten, 20 Teamwork, somit 40 von 40 möglichen Punkten, hat dazu noch die Führungspersönlichkeit. Dementsprechend geht es nicht besser mit 30 Jahren. Hier sogar ein Spieler, den du wirklich noch für ein paar Jahre verpflichten kannst, spielt aktuell bei Dynamo Zagreb. Das war es dann jetzt von dieser Top 10 Liste. Ich hoffe, euch hat das Ganze wie immer gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Ansonsten lasst eine Bewertung da. Lasst ein Abo da, um weitere solche Videos zu sehen. Schreibt mir gerne auch noch rein, welche Top 10 Liste wir uns als nächstes anschauen sollen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.